Moin Moin Leute, herzlich willkommen zurück bei TTT Blitz. Heute mit Maru, Shigo, Dalu, Kapuze, Kundran, Maxi, Nils, TauTau, Liquid, Early und Juli. Hallo! Maxi, was hast du da? Mein Hausküter. Das ging ja schnell. Unterbrochen. War ja die zweite. Das war schon ganz nett eigentlich. Das ist Edgar. Hund im Büro. Hund im Büro. Der arme Hund, der soll nicht sterben. Der ist schon tot. Oh, die Musik, Operate. Oh, oh, BBS. Was hast du mit Operate? Der arme Hund. Er ist eine hunderten Jugos. Die verbrennen mein Dorf. Kannst du singen? Mein Einhorn hier holen. Einhorn. Was ist TTT Blitz? Was ist Blitz? So long, wo hast du schon immer dabei? Warum bist du jetzt gestorben? Oh, du bist ein Deadbringer. Wer ist ein Deadbringer? Dalu ist es. 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 Ich kann mich nicht bewegen. JULI! Jetzt werden wir raus. Er war ein Traitorfeld. Explodiert der da? Was hatten wir jetzt vor die ganze Zeit? JULI. Amma bitte TTT rufen. Der ist da ins Löchle gehüpft und war tot. Und dann war er weg. JULI. Amma bitte TTT rufen. JULI? Jetzt noch jemand tot? JULI. JULI wird den Gang 3 aufwischen. JULI. JULI. Ich hab die Tasse gefunden. Warum liegt da ne Leiche? Na hängt mein ich. Shigo ist es. Wo ist sie? Ähm, die war hier hinter dieser kaputten Tür. Also die haben die kaputten Tür. Hier hinter der? JULI ist hier immer noch. Ja Shigo. Oh, die hat ein Bumerang. Die hat verfehlt, die doofen. JULI. 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 Auf was hast du grad geschossen, Maru? Hast du auf Kunde dran geschossen mit der Flasche? Ne, ne, ne ja. Ich hab mich überhaupt gefragt auf was er geschossen hat. Ja, Flasche hat er gesagt. Ja sag ich's doch, der hat auf Kunran geschossen. Der hat auf Kunran geschossen. Der hat auf Kunran geschossen. Hier ist ein kurzes Stern. Warte nicht. Nein, nein, nein. Was ist denn das Wort? Der hat schon nicht geschossen. Oh, der war über uns. Der war doch Deadringer. Irgendwo oben war ein Deadringer. Ich wollte es auch über die schieben, aber der ist schon tot. Da oben ist einer gestorben. Oder war es oben? Der müsste eigentlich irgendwo oben gewesen sein. Ich weiß aber nicht wo. Nee, ich lebe noch. Nils? Hier drüben. Wo ist der? Hier. Kapuze, du Arsch. Ich hab nichts gemacht. Du hast mich getötet. Doch, ich hab Kapuzes Leiche gefunden. Und du sagst, nee, ich bin noch am Leben. Deswegen bin ich hingegraben und hab geguckt, was für eine Leiche das ist. Und dann konnte er mich von ihm töten. Ich war tot. Du hast mich versprochen. Ich dachte, irgendwer hat mich wiederbelebt. Ja, das kann man sich versprechen. Boah, shit. Du warst mich immer noch an dem Spruch. Ich hab ihn jetzt getötet. Wir haben mich immer noch an dem Spruch von Sepp, ich wusste gar nicht, dass man Eigentore selber schießt. Ich wusste gar nicht, dass man Eigentore selber schießt. Ey, hier ist dann echt selten so gelacht. Heiß. Heiß. Der Preis ist heiß. Der genau hoch. Ja, der Eispreis. Hey, der Hund liegt hier immer noch. Du bist sowas von Traitor. Oh nein, der Hund. Ist kein Köter. Kapuze schießt auf mich. Na, bist du blöd? Was? Kapuze hat mich angefackelt. Soll, du bist mir vor dich Linke gesprungen. Kapuze, frei zum Abschluss. Ich muss erst mal kurz checken. Du darfst ja ein Medi-Kit holen. Kann ich nicht. Gebt mal den weg, ihr Sauhaufen. Nils, Nils, schau zu blöd. Das wäre nicht nur jeder selber, danke. Boah, Boomerang! Liquid! Liquid hat aus dem Namen einen Boomerang geworfen. Nein, 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 nein. Ich bin direkt hinter Maxi. Moment, aus dem... Ich bin draußen. Nils, wer war in dem Raum da vorne? Gegenüber von uns. Ich hab mich umgedreht, weil du eine Plasma geworfen hast. Ach, scheiße. Hallo. Da kam ein Boomerang auf uns geflogen. Da kam echt ein Boomerang. Den hab ich nämlich jetzt eingemasselt. Juli kam gerade von unten hoch. Aber es war hinter Maxi, das kann Maxi stehen. Ich hab nix getan. Ich hab nix getan. Tautau ist da drüben. Ey! Amaru wird jetzt von dem Boomerang getötet. Genau deshalb. Well. Da, Maxi kaufst ein. Tautau wurde wieder beliebt. Ja, hallo. Warte mal, Tautau lebt wieder. Ja, Tautau lebt wieder. Ja, Tautau lebt wieder. Ja, Tautau lebt wieder. Kam das aus dem raum hinterm Bild, oder? Hat der Boomerang? Ich hab Tautau wieder. Maru ist wieder gespawnt. Maru ist in der Eingangshalle. Nein, stimmt gar nicht. Ich geh weg. Tautau ist wieder tot. Hallo, lebst du noch? Sag doch mal was. Ich bin safe, ich hab Maru getötet. Okay, stimmt. Ich hab Tautau getötet. So nice. Dalu sagt nix mehr. Der ist, glaub ich, tot. Oh nein. Oh nein. Ja, komm ran. Was waren wir jetzt? Ja, ich hab da unten Tautau gekillt. Ich hab da unten Tautau gekillt. Ich bin safe. Ja, wir sind safe. Ich weiß. Oh shit. Nein! Es ist 1% für ne Random-Aktion mit Boomerang. Wie wurde gesagt, der Boomerang kam von da drüben. Ich hab einfach zurückgeworfen. Du brauchst mir wenigstens mal Zeit zum Argumentieren. Und dann enthüpelt sofort. Ach Tautau, Entschuldigung. Moment Maru, hast du den Boomerang geworfen? Wer war das denn? Ich war es. Ja, das kann doch nicht beschweren. Ja, ich wollt grad sagen. Aus dem Raum von gegenüber. Und du warst der Einzige da. Ich hab dich dann ganz recht noch herlaufen sehen. Das war aus dem komplett anderen Winkelhafer. Echt? Der Winkel, ey. Der Boomerang liegt am Boden. Waffen, Waffen. Check the tapes. 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 Und dann hat Maru. Bissewisch! Maru, ihr gebt nix. Nicht gehen. Hier gibt's nix zu sehen. Armer Hund. Ach ja, Capuzzo, du kennst eine Regel noch nicht. Wir haben jetzt die Blitzregel. Du darfst einmal in dem ganzen Abend heute jemanden blitzen. Aber nur wenn du ihn not bist. Du darfst zum Beispiel sagen, also das ist jetzt nicht echt für alle anderen. Ich könnte jetzt sagen Blitz, Capuz und Early Boy. Dann dürftet ihr beide nicht reden und wärt frei zum Abschuss. Das darfst du aber nur machen, wenn du inno bist. Hä? Du darfst doch gar nicht blitzen. Und du confirmst das damit auch automatisch was inno. Wuh! 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 Aber was bringt das? Wenn du einen Verdacht hast, oder halt dich prov... Stell dir mal vor, dass du eben noch drei Leute, drei Innos und einer von euch dran ist es, dann könntest du halt sagen, ja Blitz, X und Y nimmst du halt safe. Du darfst es halt nur als Inno machen, du bist damit confirmed Inno safe. Okay, okay. Also wenn ich Blitz, Erli und Dalu sage, dürft ihr nix reden und ihr seid... Genau, und wir werden frei zum Abschluss. Also sie sind nicht nur frei zum Abschluss, sie müssen betöten. Genau, man muss sie abschießen, wenn man sie sieht. Voll geil. Ich bin hier die Treppe hoch und einer hinter mir, der hat mich hier hochgeboostet. Ich war das. Oh nein, Intervention. Hast du Glück, McFly, dass ich eh nur geworden bin. Intervention. Als du da an der Tür standest, hab ich dir jetzt auf den Kopf gedrückt. Oh, die nehm ich. Ja, das hab ich auch gerade bei einem Rundenanfang mit Nils gemacht. Weg mit dieser Kunst. Intervention ist ein schlechtes Neibel. Weg mit der Kunst. Juli mag keine Kunst. Juli mag keine Kunst. Ja, die Böbbelz da auf jeden Fall nicht. Banauser. Böbbelz? Göbbelz? 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 Dankeschön! Gigo ist es! Gigo ist es doch! Gigo ist es doch! Liquid, ich weiß, wie hart der John ist. Hier was zu trinken! Juli, du bist so gemein, weißt du? Juli, du bist so gemein, weißt du? Jetzt redet die arme Juli nicht mehr! Ja, das war jetzt nicht Juli. Ja, das war jetzt nicht Juli. Das halte ich für ne üble Unterstellung. Ich denke schon, early was soll das? Die Pferde aufgenommen. Konran frei zum Abschuss! Konran frei zum Abschuss! Detective! Ok. Dann kann es nur einer von euch beiden sein, deswegen glaube ich einfach weit. Wo ist Konran denn? Tot! Ok. Oder lebt wieder! Der hat unten rechts rein. Oh shit! Oh shit! Geht weg! Geht weg! Geht weg! Nein, das hatte ich kein Traitor am Boomerang. Doch! Den den du confirmed hast! Ich hab doch hier grad den Deadwinger gehört! Der Gauna! Der Gauna! Der Gauna! Der Gauna! Der Gauna! Hast du den Deadwinger? Disco im Startraum, Vorsicht! Der was ist unten! Der was ist unten! Das war ein... Ich bin vergiftet von links in die Bibliothek reingerannt! Das muss dann kaputt zu sein! Nein! Ich bin gar nicht da! 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 Hey, early hast du grad da drüben jemanden erschossen? Fautau, wer ist denn entgegen gekommen? Lauf den Gang weiter! Lauf den Gang weiter! Da war die Leichen wieder! Are you kidding me? Nein! 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 Wir haben sie gebleached! Nee, schlecht! Kannst du doch gar nicht! Kannst du doch gar nicht! Du hast mich vergiftet, ey! Hast du doch! Nein, du bist du nicht! Konrad war unten im Keller! Du musstest gewesen sein! Naja, ich bin also... Ich bin auch nicht in die Bibliothek ran! Bin recht zu tun! Ich bin doch am Tautau! Den hab ich dann den anderen Gang lang geschickt! Und ich bin dann links lang gelaufen! Und dann kam da der Kapuze! Vergiftet! Ich wurde ins Loch gestoßen von Chico! Und das hast du mich vergiftet! Dann hab ich ausgesehen, mein Bubberang verhängt! Was? Ich weiß nicht, warum sie es getan hat! Julie wurde ins Loch gestoßen! Ja! Von der Frau leider! Das ist ja ein bisschen schade! Wie du was? Ich film mich über 15! Komm! Komm her! Komm du da her! Wir klären es von der Tier! Sie klären es jetzt für Frauen! Wir stoßen sich ins Loch! Oh nein! Scheiße! Viel Spaß! Julie safe! Weißt du? Hast du sie gekillt? Hä? Was ist denn? Hey! Oh! Rotieren, ey! Ja toll! Alter, ist das Sucker! Ey! Du hast die halt einfach runtergefallen! Ich weiß nicht, wo ich da bin! Ich auch nicht! Ich hab grad nen Standpunkt! Ich muss neu starten! Nein, du rotierst nur Kapuze! Nein, ich seh nix! Bei mir ist schwarz! Du guckst gegen die Wannen! Das Rotieren ist doch für den Weg! Ich hör auch! Schwarz an! Please! Don't! Warte, ich starte neu! Mein Jesus Scheiß rotieren! Boomerang in der Bücherei! Boomerang! Nils war's! Nils ist tot! Er geht nicht hoch! 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 Ich hab... Ich wollte diesen Scheiß... Ich wollte den in die Bibliothek schießen! Und genau in dem Moment, als ich klicke... Kommt dieses Scheiß rotieren und du schießt den direkten Zentimeter neben mir an die Wand! Ja! Das ist halt auch... Ist aber gut aus! Next Level Shit ist das! Da hat keiner mit gerechnet! Ich glaub von dem Rotieren, von dem die gerechnet glaube ich! Das kam dann von mir vorbei! Ich bin unter meiner Nase durch! Ach goddammit! Ah! Geh bitte durch! Kunra! Wir finden die Rotation! Alter! Nein! Ich dachte du wärst schon weg! Ich hab mich in dem Moment rotiert, als ich durch wollte! Oh god! Das rotieren ist... Rotation! Kann man das zeitlich begrenzt machen? Nein! Das ist mega geil! Ich hab mich grad nicht rotiert! Das ist aber teilweise random! Rotation! Umrang rechts von dir Toto! Oh! Ich hab's immer links von mir! Null bis zwei, das ist nicht klar! In der Bücherei ist ein Traitor und auf deiner Seite ist ein Traitor! Oh god! Ah, die Centris sind losgeschickt worden! Ah, hier ist Legware! Der letzte Grandseil! Ah! Nein! Rotation! Ah! Talo! Lebst du noch? Ja! Wo ist er? Das war der... Also den auf meiner Seite hab ich gekillt! Der auf deiner Seite fehlt! Lepp! Also das ist das Liquid! Ja! Okay! Ja! Gott sei! Ah! Jetzt! Die müssen nur auf meine Seite gekommen! Von unten! Ja! Aber ich hab doch gesagt, ihr ist auf deiner Seite! Verzeih! Nein! Ich komm hier nicht raus! Alter! Da läufst du wie der Christophon! Also wie immer! Er hat den nicht abbekommen? Oder hast du wieder nicht gestorben? Du hast mich nicht getroffen! Nee, nee! Also... Dann hab ich Conan's Leiche getroffen! Das ist ganz rein! Das hast du nicht gesehen! Alter! Wo bin ich? Ich bin... Das... Das Rotation verwirrt vorher, oder? Ein bisschen! Ein bisschen! Okay! Jetzt hab ich grad... die Orientierung gemacht! Bisschen hingegangen! Alter! Er ist hier! Vor die Münzen! Das ist so räudig! Ja! Ich komme wieder! Er kommt wieder! Er spawnt unten im Hauptraum! Meiner! Hätte ich doch dann nochmal angehauen! Und hätte ich mich dazwischengestellt! Bis zum nächsten Mal, Leute! Hallo! Tschüss!